Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Nach Let's Dance, so geht's für Timo Oelker bei GZSZ weiter. Timo Oelker, 32, kehrt mit neun spannenden Ereignissen zu GZSZ zurück. Der Schauspieler steht für die so ab als Nehad vor der Kamera. In den vergangenen Monaten zeigte er im TV allerdings eine ganz andere Seite an sich. Bei Let's Dance stellte er sein tänzerisches Talent unter Beweis. Für die Zeit der Ausstrahlung musste der Schauspieler die Dreharbeiten für die so abpausieren. Nun kehrt er nach seiner dreimonatigen Auszeit wieder zurück an den Kollekiez. Im Interview mit RTL teaserte der 32-Jährige bereits an, dass es Nehad bei seiner Rückkehr nicht ganz so leicht gemacht wird. Nehad kommt zurück und wünscht sich, dass alles wie früher ist. Doch das ist leider nicht mehr der Fall. Während seiner Abwesenheit scheint sich sein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt zu haben und die bittere Wahrheit holt ihn schnell ein. Nichts ist mehr wie vorher, weder bei den Upcycling Buddies, noch in seiner Beziehung. In seiner Abwesenheit hat seine Freundin Lilly nämlich etwas getan, das eigentlich unverzeihlich ist, fährt Timo fort. Hey guys, this is Gunsham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.